Herzlich Willkommen hier von der U19 Weltmeisterschaft in Hamburg. Hier bei mir im Interview, ja, die beiden durchaus niedergeschlagenen Lutz Ackermann vom SF Bonn und Alexander Burmeister vom Schriesheim. Mensch Jungs, Interviews nach Niederlagen gefallen mir persönlich auch nicht besonders. Ich brauche gar nicht fragen, wie es euch geht. Vielleicht die ersten Worte eures Trainers, eures Trainerstabs nach dem Spiel. Lutz, die Worte an dich. Ja, in der Kabine haben wir eigentlich gar nicht über die Niederlage gesprochen. Wir haben einfach nur zusammen nochmal zurückgeblickt über die letzten zwei Jahre und einfach nochmal, ja, gesagt, wie wir als Mannschaft zusammengewachsen sind, was für einen Spaß wir zusammen hatten und dass wir stolz auf unsere Leistung sein können. Und ja, war sehr emotional. Ich glaube, es bleibt jedem in Erinnerung und nicht um die Niederlage. Das stimmt, emotional war es auf jeden Fall. Alex, wie fühlst du dich? Super, nee, Spaß. Also, das ist die bitterste Niederlage, die man kann ziehen können in Overtime. Also, da steht es 0-0 und der Erste, der einen glücklichen Schuss reinmacht, gewinnt und wenn man verliert, ist natürlich die größte Enttäuschung. Aber so ist Sport, das Leben geht weiter und wenn wir nächstes Mal irgendwo spielen, dann ist mit der Overtime, haben wir vielleicht Glück und da gewinnen wir. Nur war das halt eben das wichtigste Spiel wahrscheinlich in unserem Leben. Das war unser Traum. Seit September 2011 sind wir als Mannschaft zusammengewachsen, haben zusammen gefeitet und das ist unsere Krönung gewesen heute. Und ausgerechnet heute verlieren wir eben. Das ist natürlich das Schlimmste, was passieren kann und da ist natürlich keiner glücklich. Ja, wir am allerwenigsten und vor allem Floorball Deutschland ebenso nicht und natürlich auch die über 1000 Fans, die euch heute wieder frenetisch angefeuert haben. Lutz, die Partie an sich begann eurerseits relativ verhalten. Polen, insbesondere die Erste Linie, agierte extrem fit, sehr laufstark, technisch sehr, sehr stark. Und das 1-0 lag entsprechend dann in der Luft. Ihr habt euch dann im zweiten Abschnitt deutlich gesteigert, sehr gefangen, seid mit ihrer Schmerzgrenze hinausgegangen. Trotzdem hattet ihr wirklich Mühe, euch die Tore zu erarbeiten. Was war da los? Ja, man muss einfach sehen, dass wir jetzt fünf Tage hinter uns haben. Klar, Polen hat es genauso gemacht, aber ich denke, dass wir den Start ein bisschen verschlafen haben. Dann haben wir auch zu Recht das 2-0 kassiert. Das darf eigentlich nicht passieren, sowas. Wir haben uns dann aber gut gefangen und ich würde sagen, zum Ende raus waren wir auf jeden Fall die bessere Mannschaft. Wir hatten auch vor der Overtime noch gute Chancen, das zu machen, aber es hat leider nicht geklappt und muss man so hinnehmen. Das stimmt auf jeden Fall. Also ihr habt die Partie auf jeden Fall rumgerissen, an euch gerissen. Alex, fehlte euch vielleicht vorne der ein oder andere frische Knipser oder einfach der, der so einen Lucky Punch landet? Ja, wie gesagt, wir hatten die Chancen auf unseren Kellen. Ich hatte auch dreimal ins Tor schießen können. Da ging der Ball halt daneben. Wenn da ein bisschen Glück ist, wenn der Wind weht, dann geht er vielleicht rein und dann gewinnen wir das Spiel. Das ist eben beim Sport, gehört auch immer Glück dazu. Das war leider heute nicht auf unserer Seite. Und wenn wir ein bisschen Glück haben, geht er halt rein und so nicht. Ja, leider nicht. Man sagt auch, wenn man die Dinger vorne nicht macht, frisst man sie irgendwann hinten. Irgendwann war leider die Verlängerung. Nils Hallers, der hat euch fantastisch im Rennen gehalten. Die Leistung von ihm war wirklich atemberaubend. Er hat am Ende dann nochmal drei bis fünf Schüsse hintereinander einfach geblockt. War er für euch ein ganz besonderer Rückhalt? Ja, das auf jeden Fall. Also gerade muss man sagen, dass wir gestern Abend ja noch gespielt haben und dass wir wirklich nur zwölf Stunden Zeit hatten, um uns wieder runterzufahren, um das neue Spiel zu konzentrieren und dass man dann gerade als Storytar in dieser schwierigen Rolle das schafft, in der kurzen Zeit wirklich so zwei Spiele mit der Top-Leistung abzuliefern. Und das ist wirklich, ja, er ist ein sicherer Rückhalt, er strahlt Sicherheit aus und das zahlt sich aus. Jungs, Lutz, du spielst in der zweiten Bundesliga, Alex, du ebenfalls. Nee, ich spiel in der Regionalliga. Oh Gott, er spielt sogar Regionalliga. Umso besser, wenn ich die Mischung mache. Wir hatten es gestern schon im Interview angesprochen. Die Mannschaft besteht aus Erstliga-Cracks, Zweite Liga, nun auch Regionalliga und ein paar Spieler, die im Ausland zu finden sind. Und ich persönlich finde, im Vergleich zur 19-Nationalmannschaft vor zwei Jahren habt ihr ein ganz anderes Auftreten gehabt und habt euch wirklich sehr, sehr gut verkauft. Wie ist die Stimmung in der Mannschaft und vor allem auch das Leistungsgefälle? Also das Leistungsgefälle ist nicht so groß. Wir sind alle auf einem Level im Prinzip und die Stimmung ist natürlich, weil wir eben wie eine Mannschaft zusammengewachsen sind. Wir sind ein richtiges Team, wir sind nicht irgendwelche Spieler, die irgendwo hergeholt sind. Wir kennen uns alle schon ewig und wir halten zusammen und jeder baut den anderen auf. Wenn jemand schlecht geschossen hat, wird er ermutigt und ich denke einfach, wir haben das beste Nationalteam 19 gestellt, das Deutschland stellen kann. Hat eben nicht gereicht leider. Lutz, kurzer Ausblick. Wie geht es jetzt weiter? Sicherlich verabschiedet ihr euch alle erstmal in die gutverdienende Saisonpause. Gibt es schon einen kurzen Vorausblick vom Trainerstab? Wisst ihr, ob er euch erhalten bleibt? Ja, das war jetzt ja unser letztes Jahr um 19. Ich weiß nicht genau, wie es weitergeht mit dem Trainerstab, ob die weitermachen. Dazu kann ich eigentlich nichts sagen. Das wurde auch noch nicht angesprochen. Es wurde jetzt erstmal alles auf diese WM konzentriert. Und wie es weitergeht und welche Spieler dazu kommen, da kann ich nichts zu sagen. Wäre es Deutschland zu wünschen? Das auf jeden Fall. Ich muss sagen, die zwei und jetzt sogar bei der WM ist der Bruder dazugekommen, haben wirklich eine gute Arbeit geleistet. Alle sehr professionell und so ein Trainerteam kann man sich nur wünschen. Alex, ihr altert jetzt eigentlich sprichwörtlich heraus. Aus dieser U19 kannst du der nachfolgenden Generation, den nachfolgenden U19-Cracks, irgendwas auf den Weg mitgeben? Ja, also auf den Weg mitgeben auf jeden Fall. Wie gesagt, wir haben jetzt verloren und wenn man auch mal verliert, das Leben geht weiter. Und dann versucht man es eben das nächste Mal umso besser zu machen und eben das umzusetzen, was die Trainer sagen. Ich hoffe auch, dass die nächste U19 nochmal unsere Trainer bekommt. Das waren die Besten, die ich bis jetzt hatte. Und dann eben viel Glück für die nächsten WM. Lutz, abschließende Worte von dir. Was gibst du der nachfolgenden Generation mit auf den Weg? Wo denkst du, muss Deutschland noch feilen? Wo sind da die Baustellen? Was hat man dazu sagen? Also ich würde einfach sagen, dass von Anfang an jedes Trainingslage ernst genommen werden muss. Das ist wirklich wie bei uns jetzt war, dass wir über zwei Jahre lang gute Arbeit zusammen leisten. Und wenn man zwei Jahre lang zusammenspielt, dann zeichne ich das auch am Ende bei der WM aus. Und wenn man das schafft, wieder hinzukriegen, dann wird es das nächste Mal bestimmt klappen. Im taktischen Bereich ist Deutschland mittlerweile auf der Höhe, auch durch internationalen Input. Wie sieht es mit der Athletik aus? Ja, also wir haben vor der WM von unseren Trainern immer Trainingspläne bekommen, die wir ausführen sollen. Inwieweit das ausgeführt würde, kann ich nichts zu sagen. Vielleicht hat man heute ein bisschen gesehen, dass im Fallen in der nächsten Polen, dass die ein bisschen fitter waren. Ja, ich denke, da kann man auf jeden Fall noch was aufholen. Ob es jetzt am Ende die entscheidende Sache, der entscheidende Grund war, dass wir verloren haben, glaube ich nicht, dass es das war. Aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor, den man beachten sollte und auch Wert darauf legen sollte in den nächsten Jahren. Okay Jungs, ich danke euch auf jeden Fall für das Interview. Trotz der Niederlage, ihr habt wirklich fantastisch gekämpft. Insbesondere das Dankeschön auch an die Fans war wirklich sehr beeindruckend und ehrt euch insbesondere. Ja, einfach Kopf hoch. Alex, du hast gesagt, das Leben geht weiter und ich wünsche euch eine erholsame Saisonpause und man sieht sich in der Saison. Dankeschön. Danke auch. Danke.